So, Frosch im Hals, sorry. Service überschritten, normal. Läuft, sehr schön. Der erste Meter in 2019 und ihr seid live dabei. Halleluja! So, erstmal schnell an die Tanke und tanken. Aber auch Luft prüfen. So, wie war das mit der Spritfasssäule? Guck dich mal das an hier. Seht ihr das? Sieht man, oder? Ja, das ist komische. Also, mein Navi war die letzten Monate seit November am Motorrad in der Garage. Und die Schutzfolie hat sich quasi aufgelöst. Hier sieht man das. Fällt also partiell einfach ab. High Quality. Made in China. Sehr schön. Toll, jetzt habe ich hier einen Scheiß überall rumhängen. Idiot. Habt ihr das schon mal gesehen? Sorry, aber ich habe voll die Freck, wie man in der Pfalz sagt. Ich muss hier Geld einwerfen zum Luftprüfen. Grasser Scheiß. Also zum Prüfen nicht, aber zum Füllen. So. Das langvermisste Saw. Moin und hallo erstmal. Die Stimme ist noch ein bisschen belegt. Noch ein bisschen nasal. Liegt daran, dass ich immer noch krank bin. Schon seit Wochen ziehe ich die Scheiße wieder mit mir rum. Aber egal. Heute ist es, wie man sieht, ganz nett. Heidenay. Und... Ja, da dachte ich, da muss ich doch mal gucken, ob ich nicht ein bisschen Motorrad fahre. Lang genug drauf warten müssen. Da ging es mir so wie euch wahrscheinlich. Ja, knapp dreieinhalb Monate. Starke drei Monate, dreieinhalb Monate. Irgend so was. Dürfte es her sein, dass ich das letzte Video gemacht habe. Was mich jetzt geritten hat, in Pfälzer Wald zu fahren, das weiß ich auch nicht. Normalerweise fahre ich bei solchen Widerungsverhältnissen immer eher Richtung Norden. ins Kusler Bergland, weil da mehr Sonne scheint als hier. Naja. Ja, hier ist es auch noch einstellig. Temperaturen angeht. Acht Grad. Naja. Und die Straßen sind feucht. Aber egal. Mal langsam. Ja. Neues Jahr, neues Glück. Ich bin ja kein Saison-Kennzeichenfahrer, das wisst ihr. Sonst würde ich auch heute nicht fahren. Aber dieses Jahr war es irgendwie so, dass man... dass man irgendwie wirklich überhaupt nicht fahren konnte. Ich bin jetzt wirklich von Anfang November, glaube ich, bis heute... Kein Meter gefahren. Hier sind die Straßen noch schön weiß vom Salz. Ja, was gibt's Neues? Neue Kamera. Ja, was heißt neu? Andere Kamera. Und zwar habe ich mir noch eine Drift Goes S gekauft, weil die für mich einfach zu viele Vorteile hat. Aber die, die ich hatte oder habe, die hatte immer diese... Ich sage jetzt bestimmt falsch. Lens Flares. Ja. Diesen roten Schimmer, wenn ich gegen die Sonne gefahren bin. Ob es jetzt noch genauso ist bei der, das sieht man jetzt wahrscheinlich direkt heute. Weil ich auch wieder gegen die tiefstehende Sonne fahre. Und wenn's so ist, dann ist es so. Ich werde mit Sicherheit dieses Jahr nicht umsteigen auf ein anderes... auf ein anderes Modell. Das Weitere... Sehe ich noch wieder nix, ne? Ne, das Weitere... Ja, hat diese... diese Alpentour letztes Jahr... auf meinem Kanal so einiges bewirkt. So dass ich... meine Abonnentenzahl... beinahe... verdoppelt habe. Und deswegen begrüße ich jetzt mal ganz offiziell alle neun... auf meinem Kanal, die sich vielleicht das erste... den ersten normalen Vlog von mir anschauen. Weil sie bisher nur die... die Tourvideos gesehen haben. Ja, und die Tatsache, dass ich eben... so viele neue Abonnenten hinzugekommen habe... die freut mich natürlich ungemein... auf der einen Seite. Die hat mir aber auch so einige Specials genommen auf der anderen Seite, ne? weil ich einfach nicht fahren konnte, ne? Und da sich die... aus dem Auto... aus dem Auto die Geschichten keiner anguckt... habe ich das gar nicht, äh... diesen Winter gar nicht, äh... mir und euch angetan, ne? Wobei ich ein neues Auto habe... wäre vielleicht doch ganz... na egal... ja... das eine oder andere Special ist mir in Gang, ne? Also gestartet bin ich, äh... beim ersten Tourvideo... noch mit, äh... irgendwas um die 190 Abonnenten. Das heißt, ihr habt mir die Möglichkeit genommen, 200er Specials zu machen. Ja, das ging dann irgendwie ratzfatz. war ich auch über 250 Abonnenten. Das heißt, ihr habt mir auch diese Möglichkeit genommen... ein 250er Specials zu machen. Und ich hatte so geile Sachen vor, ne? Schade eigentlich, ne? Naja... Des Weiteren... habe ich, äh... auch schon die 300er Marke überschritten. Mittlerweile. Auch da war was geplant. Ja, in diesem Sinne, ähm... da ist jetzt leider nicht dazu gekommen... äh... ich hatte vor... ein Special zu machen... mit einem Quad. Und das wollte mir freundlicherweise der... Blue Devil 77... zur Verfügung stellen. Ich verlinke mal oben seinen Kanal. Ähm... seines Zeichens auch derjenige, der mir gesagt hat, wie diese roten Erscheinungen heißen. die man jetzt hoffentlich gerade nicht sieht. Vielleicht aber doch. Ich weiß es nicht. Ja, der hat nämlich dieses Kimco... äh... 300... äh... Supermoto, glaube ich. Nicht hauen, wenn es nicht stimmt. Ähm... Und das wollte er mir zur Verfügung stellen für ein 300er Special. Jetzt bin ich mittlerweile Stand heute Morgen bei 332 Abonnenten. Und ähm... Ja... Jetzt musste ich mir was überlegen für die nächste Runde zahlen. Vielleicht fällt mir was ein. Ansonsten seid ihr eben selbst schuld, dass ihr mir die Möglichkeit genommen habt. Ja... Ähm... ager! zugleich, aga, 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 One habe ich noch. Äh... Wer kennt das? Frage? Bitte unten in die Kommentare. Aga, 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 aga. Ein habe ich noch. Ja, ein habe ich noch. Und zwar... ... ... ... gestern war der 15. Februar. am 15. Februar 2017 habe ich mein erstes Video aufgezeichnet auch das verlinke ich jetzt mal da oben krottenschlecht viel hat sich bis dahin nicht viel hat sich seitdem nicht getan, man merkt es auch hier, Sprache hat sich nicht sonderlich weiterentwickelt ja da bin ich das erste Mal mit Kamera gefahren am Helm und habe das dann morgen vor zwei Jahren veröffentlicht und das schaffe ich vielleicht, deswegen ist es einfach das Zwei-Jahre-Special seht ihr mich? ich sehe euch, alles klar das Zwei-Jahre-Special mittlerweile habe ich über 130 Videos online habe fast 60.000 Klicks auf meine Videos und das freut mich ungemein und deswegen mache ich auch weiter ja, bei den Tour-Videos habe ich mir mal die Test-Version von Final Cut mit X Pro gekauft äh, gedingst runtergeladen habe dann damit geschnitten und gemacht und getan ja, habe dann irgendwann gemerkt, dass das irgendwie doch noch eine Nummer zu groß ist für mich und bin jetzt wieder bei iMovie und solange ich damit zurechtkomme mache ich damit auch weiter weil diesen diesen Anspruch der technischen Perfektion den habe ich nicht und deshalb mache ich jetzt mit iMovie erst mal weiter er hat mir so einige Steine selbst in den Weg gelegt dadurch, dass der Kollege Mesonics der nimmt ja auch mit einer Drift auf der natürlich mit 60 FPS aufnimmt und ich habe damals äh, den einen Tag zumindest ne, zwei Tage waren es glaube ich habe ich mit äh mit der alten aufgenommen weil mich eben diese Lens-Flares äh, gestört haben dann habe ich mit der alten HD aufgenommen und das äh die schafft nur 30 FPS und das macht es dann beim Schneiden nicht unbedingt einfacher wenn bei ihm immer ein Bild weitergeht und bei mir keins wie immer jedes zweite weitergeht ne gerade beim Synchronisieren zweier Dateien die überhaupt keine Punkte zum Synchronisieren haben das macht es nicht unbedingt einfacher ne so, dieses Jahr Alpentour geplant schon wieder ich verrate aber noch nicht wo es hingeht äh und ich verrate auch nicht ob ich alleine fahre oder nicht mal sehen also ich weiß es schon aber ihr nicht wahrscheinlich kann ich meine Fresse eh nicht halten und ich werde sie irgendwann rauspalabern was kommt ja was kommt noch es kommt noch ein paar alten Videos nur haben wir uns da irgendwann vom Ablauf her getrennt dann müssen wir wohl nichts und ich weil naja, weil ich einfach nicht zum Schneiden komme ja ich bin da einfach nicht ich habe die Zeit äh oh, es ist hier wieder gesperrt also müssen wir hier dann so ja, ich habe die Zeit zwischen den Jahren genutzt also den ersten den Januar eigentlich komplett genutzt zum Schneiden weil ich da ähm weil ich eben da auch Final Cut Pro hatte ja, irgendwie von kurz vor Weihnachten bis äh dann vier Wochen da habe ich viel gemacht ja, aber seitdem seitdem hängt es wieder ich komme einfach nicht dazu hauptsächlich hat das wie immer berufliche Gründe das hier werde ich umgehend raushauen das habe ich ja gesagt ansonsten was kommt noch es kommt noch äh es kommt noch äh also einiges hoffentlich zum einen ähm habe ich über Ostern was geplant Ostern ist ja dieses Jahr relativ spät so, irgendwie so Mitte April also Mitte, Ende April und ähm da habe ich auch was geplant und mal gucken, ob das passiert ja, dann Alpentour klar, wie gesagt ähm Flockertreffen auch wieder dieses Jahr und ansonsten wie immer viel Pfalz Pelserwald so wie heute auch Kusler Bergland und so weiter und so weiter Motorradtechnisch wird sich nichts tun dieses Jahr ich werde noch den ein oder anderen Versuch mit der mit meinem mit meinen Windgeräuschen starten hier schon was geplant da muss ich aber auch noch ein bisschen warten bis das Wetter verlässlicher wird damit ich es zur Not zurückschicken kann wenn es nichts kann ansonsten bleibt alles wie es ist was das Motorrad angeht und falls ich dieses Jahr neue Reifen brauche irgendwie brauche ich den gar nicht auf den Condi ähm wird es wieder der Condi das kann ich euch sagen also so viel das steht fest da gibt es auch keine da gibt es auch keine Verhandlungen schade dass hier doch so nass ist aber hier ist halt echt schattig keine Sonne und auch wesentlich wesentlich kühler als naja als davor hin so wer jetzt natürlich was Spezielles erwartet zum Special den muss ich jetzt leider enttäuschen weil ja also ich war ja auf alles vorbereitet aber nicht darauf ähm ja so das Karlsthal ist im Sommer immer recht frisch und äh was soll ich sagen scheiße im Winter auch also hier ist mal eben 10 Grad kühler als äh als noch vor ein paar Minuten da rechts war eben auch so ein kleiner Weiher der war noch äh zugefroren ja kacke wird es kalt im Gemächt aber hier ist richtig richtig nass richtig nass nett schön das hier ist die Karlsthalsschlucht und hier geht man im Sommer immer spazieren da unten kann man da an diesem Bachlauf da entlang laufen äh das sind auch so ein paar Übergänge da unten sieht man es vielleicht weiß nicht keine Ahnung kann man richtig geil spazieren gehen im Sommer weil es nämlich wenn es 1030 Grad ist dann ist es da unten immer angenehm frisch und äh ja wie gesagt äh jetzt auch 5,5 Grad egal gleich haben wir die Sonne wieder da oben und dann wird es auch wieder besser denke ich mal so trip statt hier ja jetzt ist es wieder 10 Grad jetzt geht es wieder und der Sun is back again jetzt habe ich sie im Rücken wie man sieht das bin ich da das da hier so Leute jetzt wird es kalt die Sonne ist jetzt nämlich so tief dass hier überhaupt keine Sonne mehr herkommt und ich bin auch gleich zu Hause ja ähm viel erzählt und nichts gesagt trotzdem danke fürs Zuschauen und äh ja wie gesagt willkommen an alle an alle Neuen auf meinem Kanal die durch die Tour 2018 dazugekommen sind und ja ich würde mich freuen wenn ihr euch mein nächstes Video auch wieder anschaut und weil das so ist sage ich mal wieder ganz optimistisch bis zum nächsten Mal und tschüss